New Bordeaux New Bordeaux, eine moderne Stadt, in der die Tradition der Südstaaten noch heute ihren Platz hat. Ich hatte ihn unterschätzt. Hätte nicht gedacht, dass er so weit gehen würde. Besuchen Sie das historische French World. Entdecken Sie die einheimische Küche in einem unserer Fünf-Sterne-Restaurants. Es genügte ihm nicht, sie zu töten. Lincoln Clay ging es darum, ein Zeichen zu setzen. Oder lassen Sie einen Nachmittag lang die Seele in der unverfälschten Natur am Ufer baumeln. Sir Macano hatte nicht den geringsten Schimmer, was für eine Lawine er da lostreten würde. New Bordeaux, Spaß ohne Risiko für die ganze Familie. Das ideale Ziel für Ihren nächsten Urlaub. Diese Stadt hat den Krieg von 1812, den Bürgerkrieg und Gott weiß wie viele Hurricanes überstanden. Aber Lincoln Clay's Feldzug gegen die Mafia richtete größere Verwüstungen an als alle Kriege und Naturkatastrophen miteinander. Untertitelung des ZDF für funk, 2017